Morgen Andacht von Reinhard Hürtler, Epheser 4, Tag 8 Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Gestern haben wir über Allelon gesprochen und darüber, wie die Welt immer egoistischer und selbstbezogener wird Da wird diese Schriftstelle immer wichtiger Liebt einander Weißt du, was ich in meinem Leben entdeckt habe? Egoismus macht unglücklich Ich habe noch nie einen glücklichen, egoistischen Menschen getroffen Irgendwie ist es eine Lüge, dass wir in der Selbstsucht unser Glück finden Ich weiß nicht, ob es die Lüge des Teufels oder die Lüge unserer eigenen Natur ist, dass wir in der Selbstsucht unser Glück finden Schau doch mal, wohin diese Welt sich mit ihrem Egoismus bewegt Kürzlich wurde mir gesagt, dass es noch nie so viele psychische Krankheiten gegeben hat wie heute Mir wurde gesagt, dass es noch nie so viele Depressionen gegeben hat wie heute Je mehr wir uns auf uns selbst konzentrieren, desto unglücklicher scheinen wir zu werden Ich habe viele Menschen kennengelernt, die einander selbstlos lieben und ein so erfülltes Leben haben Jesus hat uns das vorgelebt Jesus lebte so ein selbstloses Leben Er kümmerte sich um andere Deshalb lehrt uns die Bibel, dass auch wir diese Liebe füreinander haben sollen Das Wort Allelon schließt es aus, dass man sich diejenigen aussucht, die man lieben möchte Ist es nicht interessant, dass die Welt diejenigen mag, die gemocht werden? Verhält es sich in der Gemeinde nicht oft genauso? Wir haben unsere kleinen Gruppen in der Gemeinde Die Leute, mit denen wir gerne Zeit verbringen Diejenigen, die uns gut tun Anstatt diejenigen zu lieben, denen wir Gutes tun können Jesus selbst sagt Wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben Seid ihr genauso wie die Welt Genauso wie die Sünder Ich habe mich ausgiebig mit der Urgemeinde beschäftigt Besonders mit den ersten 100 Jahren in der Gemeinde Ganz am Anfang war die Gemeinde für zwei Dinge bekannt Für ihre finanzielle Großzügigkeit untereinander Und für ihre außerordentliche Liebe füreinander Genau das ist die Gemeinde, die in diesen letzten Tagen hell leuchten wird Eine Gemeinde, die gelernt hat, dass Einander der Schlüssel zum wahren Glück ist Erinnerst du dich, als ich über Epheser Kapitel 3 gesprochen habe Dass nach meinem Verständnis Das größte Zeichen christlicher Reife darin besteht So viel wie möglich von der Liebe Gottes zu empfangen Und sie kostenlos weiterzugeben Ich liebe den Gedanken, dass die Gemeinde Wieder eine Gemeinde sein wird Die Allelung lebt Die Bibel sagt nicht Und das finde ich so schön Die Bibel sagt nicht, dass man Immer Freundlichkeit und großzügige Liebe zeigen soll Punkt Sie sagt Untereinander Es gibt Menschen, bei denen es mir sehr leicht fällt Diese großzügige Liebe zu zeigen Es fällt mir nicht schwer Daniel gegenüber Freundlichkeit und großzügige Liebe zu zeigen Oder Deppi gegenüber oder anderen Menschen, die mir sehr am Herzen liegen Doch das lehrt Paulus nicht Paulus lehrt Dann fügt er diese konfrontierende Aussage hinzu Paulus, warum machst du das? Schau, was er nach dem Wort Allelon, nach dem Wort Einander sagt Er sagt Besonders Es gibt also Menschen, die du besonders lieben sollst Wusstest du, dass es Menschen gibt, die du mehr lieben sollst als andere? Das scheint es zu heißen Vor allem deine Pastoren Vor allem deine Leiter Vor allem deinen Chef, der dein Gehalt bezahlt Vor allem deinen Vater und deine Mutter Die du immer ehren musst Besonders deine Frau, die dir jedes Mal Sex anbietet, wenn du es willst Ist es das, was Paulus lehrt? Nein Schau, was er sagt Besonders denen gegenüber, die eure Geduld auf die Probe stellen Ich finde das sehr schön Nach der Lehre des Paulus hier in der Passion-Übersetzung sollst du absolut jeden Menschen radikal lieben Doch hier ist jemand, den du besonders lieben sollst Die Menschen, die dir ständig auf die Nerven gehen Diejenigen, die deine Geduld ständig auf die Probe stellen Die musst du besonders lieben Morgen machen wir weiter